Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Inz. So, heute ist es so schön. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Punktausrüstung auf dem Dach. Ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalten genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und breiten. Okay, Paneele wegboosten. Klar. Oje, oje, oje Oh Mann, ich fühle mich aber. Oh Mann, ich fühle mich aber. Also gut verfolgt. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und frei liegen. Okay, Paneele wegpusten. Klar. Okay, Paneele wegpusten. Okay, Paneele wegpusten. Okay, Paneele wegpusten. Okay, Paneele wegpusten. Oh, man. Geht der Rauch aus. Das fühlt sich gut an. Geht der Rauch aus. 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 survivor aus. Ganze out. du bist wohl die verstärkung sollte ich super kann man doch die bürger freund hier die kleineren typen sind mir lieber die kleineren sind mir definitiv lieber ja 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 Wo sind die Jungs hin? So, dann kommen wir jetzt. So, dann kommen wir jetzt hin. 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 Hm, wie krieg ich den runter? Das ist die große Frage. So, der ist da. ... zum nächsten Mal, Das war's für heute. Alter, der Typ muss aber wieder mal down sein. Boah, Alter. Du weißt ja, dass er wo ich bin, ne? Ich frage, ist ja das oder sind wir das? Ja, so schön. Oh. Ich stehe nicht weg. Ich stehe nicht weg. Ich stehe nicht weg. Das ist das Problem an der Sache. So, den halben wir mal nach oben. Zieh. Ich schau mir mal, gerade die Kamera ist jetzt. Definitiv. So, die Kamera mal runter. Hier ist irgendwie auch noch eine Kamera hier links und so. Jetzt wird die irgendwie auf die D kommen. Jetzt sind es noch 84%. Und... ... 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 Fügen Sie den DOP-Truppen, Befestigung der Bewachungsausschuss und genug Schaden zu, um ein Viertelfinalgab zu provisieren. Beseitigen Sie das DOP, um den schnell rechizierten Queen End zu erhalten. Mission abgeschlossen, willkommen in Seattle. Wir gucken uns mal die Updates an, was wir so haben. Das können wir nicht machen. Ich frage es, was können wir bauen? So, also, das... Können wir mal was abgedaten? Wie scherben haben wir denn überhaupt? Gut. Okay, Reggie, ich frag nur ungern, aber... Wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kern-Relais? Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle über was... So, ich zieh mir mal die Karriere aus. Na ja, du kannst rausfinden, wo die alle sind. Na, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Nein, vergiss es. Boah, mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste, ultra-mega-Bio-Terroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräfen. Das hab ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustine gehen. Du musst einfach hinter mich bringen. Er weiß, wie's ausgeht. Okay, okay, schon gut. Du hältst dich von Augustine fern und ich schick dir die Relief-Position, die ich kenne. Darkerage, du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Salmon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für ein Kondo, jetzt aber nett, dass du mich einsperren willst. Komm mal ein. So, ich bin tot. Bitter, was für eine Scheiße. Gut, wir müssen also den Jungs da mal stemmen. Immer, also die Queen Hände sind nur noch auf 71 Prozent. So, haben wir ja, die Kameras da, ne? Das gehen ich jetzt hin. Okay, dann haben wir jetzt alle Kameras da. Kräfte. Upgrade. Wir machen das mal. So, so. Wie haben wir denn überhaupt noch? Gar keinen mehr, oder wat? Doch, eine noch, okay. Ne, hab ich keine mehr? Ich dachte, doch, ich hab ja mal. Ich dachte, ich hab noch ein paar, okay. Aber ich hab mal. Ich hab mal nicht mehr. Ja, ja. Ja. Wir müssen hier irgendwie mal eine... Hier links müsste irgendwo eine Drohne sein. Ich seh so gerade noch nicht. Ist hier aber mal im Gebäude, oder wat? Oder im Gebäude? Da oben ist die. Guck mal, ich hab jetzt nicht ran, ne? So, was sind wir denn als nächstes? Haben wir irgendwo eine Hauptmission. So, dann fangen wir uns mal auf. Zu dem nächsten... Zu der Kontrollstation, weil da will ich die zumindest weg haben. So. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Bei... Let's Play... Infamous Second Son. Bekürz. Okay. So.